Es wurden nun 23.500 historische Krankenakten für die Nachwelt dauerhaft gesichert. Warum hat man sich zu diesem Schritt entschlossen? Wir haben in den Kellerräumen der Christian-Doppler-Klinik aus den Jahren 1848 bis 1969 Krankenakte verwahrt gehabt. Das ist an sich schon eine tolle Sache, weil normalerweise könnte man nach 30 Jahren die Akten vernichten. Man hat es nicht gemacht und man hat dadurch die Chance jetzt die historische Aufbereitung, die wissenschaftliche Aufbereitung, eben historisch, aber auch medizinisch zu machen in Zukunft und deshalb haben wir es einfach als wichtig anerkannt, dass diese Akte gehoben werden, entsprechend behandelt werden und für die Zukunft gesichert werden. Welche Bedeutung haben diese alten Krankenakten für Historiker? Für Historiker bieten diese Krankenakten die Chance, einen großen statistischen Sample sehr genau zu behandeln, hier Fragestellungen über die Datenbank statistisch auswerten zu können und erstmals haben wir nun die konkreten Geschichten, die konkreten individuellen Schicksale zu dem statistischen Material. Das können wir erstmals hier auswerten und es ist natürlich möglich nun Fragestellungen genauer zu behandeln und jetzt über diese Akten alte Fragen wirklich konkret zu behandeln, beispielsweise die Kriegssitterer, die ein Thema werden, beispielsweise kann man dann auch ganz genau schauen, was hat die Aktion T4, dieses verbrecherische Morden im Rahmen einer sogenannten Euthanasie in der NS-Zeit für Auswirkungen in Salzburg ganz konkret gehabt. Warum hat man sich gerade jetzt entschlossen, diesen Aktenbestand zu übergeben? Es ist eigentlich einem Hinweis aus dem Landesarchiv zu verdanken und auch von der Leitung des Schlosses Hartheim und das war für uns der Startschuss, das uns einmal anzuschauen und es war wirklich in einem Keller gelagert, der feucht war. Die Krankenakten waren pilzbefallen. Ja und dann sind wir das schrittweise angegangen. Gibt es schon konkrete Forschungsprojekte, für die diese Akten die Grundlage wählten? Ein Projekt wurde heute angesprochen, nämlich das Thema der sogenannten Kriegszitterer im Ersten Weltkrieg. Da geht es um Symptome, die wir heute eher als posttraumatische Belastungsstörung sehen würden. Dann natürlich, was Behandlungsmethoden betrifft, aber nicht nur das, sondern auch diese wichtige gesellschaftspolitische Rückschau oder vielleicht auch Projekte, wo wir junge Menschen mit dieser Entwicklung bekannt machen, konfrontieren. Und ich glaube, das ist in einer Zeit, in der es immer wieder vorkommt, dass zum Beispiel Alternasiemannmale beschädigt werden, wie das kürzlich in Salzburg wieder geschehen ist, glaube ich auch von enormer gesellschaftspolitischer Bedeutung. Vielen Dank.